In diesem Video kannst du etwas gewinnen! Yay! Herzlich willkommen bei vegan und autark Leben im Tiny House. Ich befinde mich immer noch auf meinem Weg von meiner Mietwohnung in ein Tiny House. Befinde mich immer noch im Bauprozess. Mein Name ist Michael und du bist hier genau richtig, wenn du dich für diese Themen interessierst. Heute schon Folge Nummer 11. Hier geht es, ich weiß gar nicht, jetzt noch nicht, wie ich die Folge heute nenne. Wie nenne ich sie? Ich nenne es Webseite oder die Webseite. Ich bin ein bisschen überdreht, weil ich heute seit langem mal wieder Kaffee getrunken habe. Aber dementsprechend habe ich auch Bock, heute was zu tun und ja, habe ein paar Mitteilungen zu machen. Und nochmal sorry für letzte Woche. Also da war ich ja völlig fertig und das war ja eigentlich schon mein Jubiläum mit der 10. Folge. Aber da ich da mehr oder weniger noch völlig verkatert war, ging da leider gar nichts. Und es war gut, dass ich mich dann ins Bett gelegt habe. Heute möchte ich dir im Wesentlichen vier Sachen mitteilen. Und die erste ist vielleicht gar nicht so unspektakulär. Und ich hatte mir hier, was habe ich mir als Stichpunkt aufgeschrieben? Genau. Sonntag bleibt mein Smalltalk-Tag und der Tag, wo ich dir einfach ein Update gebe, wie aktuell mein Bauprozess mit meinem Tiny House aussieht. Dementsprechend wird es da weniger um Content, um Inhalte gehen, sondern wirklich, ja, ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Einfach wie es aussieht. Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass du ein Status-Update einfach bekommst, was bei mir gerade so los ist. Und vielleicht auch inspiriert wirst, selbst etwas zu tun. Und dass du auch spürst, ja, du bist nicht die einzige Person, die sich momentan Gedanken macht, ein Tiny House zu bauen. Oder eben auch selbst auf dem Weg ist, ein Tiny House zu bauen. Genau. Also, der Hintergrund, warum ich das nochmal sage, ist, ich glaube, ich hatte vor zwei Videos, als ich über Stromautarkie gesprochen habe, da hatte jemand so, nicht abonniert, sondern kommentiert und meinte so, ja, ich höre dir jetzt zwei Minuten zu, aber du laberst irgendwie nur und es geht gar nicht um Stromautarkie. Ja, kann man jetzt halten, was man will von der Formulierung des Kommentars. Aber im Kern hatte die Person ja recht. Das ist eben genau das, was ich gerade meinte. Es geht jetzt, ich habe da nicht irgendwie viel über Strom gesprochen oder über das Thema Autarkie, sondern nur, wie ich aktuell, ja, darüber halt denke und was meine aktuellen Schritte da sind. Und jetzt komme ich schon zu Punkt Nummer zwei von den vier, die ich dir heute mitteilen will. Ich habe aber trotzdem Lust, auch themenspezifischer, inhaltlich mehr in die Tiefe zu gehen. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich das auch machen werde. Und, ja, aber nichtsdestotrotz behalte ich dieses Format Leben im Tiny House halt bei. Das kommt jeden Sonntag. Das werden wir einfach so weitermachen. Also, das lassen wir einfach so weiterlaufen. Aber ich werde eben auch zusätzlich zu diesem sonntagtäglichen Video eben auch noch andere Videos machen. Die werde ich dann aber unter der Woche veröffentlichen. Und, und das kommt jetzt noch schon als Punkt Nummer drei, das werden nicht nur Videos sein, sondern, ja, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dann recherchiere ich das auch, dann mache ich mir Gedanken und dann schreibe ich vor allen Dingen auch. Und ich werde diese Themen dann eben auch schriftlich ausformulieren. Und die kannst du dir dann auf meiner, und jetzt kommt es Punkt Nummer drei, auf meiner, und so heißt ja auch das heutige Video, auf meiner Webseite angucken. Ja, ich blende das mal ein, aber es ist ganz einfach, die Seite www.vegan-und-autark.de, also vegan-und-autark.de. Und auf dieser Webseite, ja, kannst du eben auch Beiträge in meinem Blog lesen. Aus diesen Blog, diese Blog-Einträge, da gibt es dann auch immer ein Video zu. Aber das kannst du dir einfach mal anschauen. Und, ja, genau, und das wollte ich eigentlich schon zur Folge Nummer zehn fertig haben und so sagen, hey, zur Folge Nummer zehn, hier ein kleines, zum Jubiläum, ein kleines Special, dass es eben diese Webseite gibt, deswegen, ja, mache ich das heute hinterher, habe mir auch hier auch extra schick ein Jackett dafür angezogen, um das mitzuteilen. Genau, ja, und ist es aber noch ein anderer Grund, weswegen ich diese Webseite mache, vielleicht hast du was mitbekommen, dieses ganze, ja, dieses ganze Thema um den Artikel 13, um diese Upload-Filter, also ich bin da auch auf die Demos gegangen, habe mir zig Videos reingezogen, was das eigentlich bedeutet. Und das ist ehrlich gesagt für alle, die das Internet mögen und ein freies Internet mögen, nicht so toll. Für Leute, die auf YouTube was machen, ist es überhaupt nicht toll. Also insbesondere für kleine YouTuber, die jetzt nicht irgendwie hunderttausende oder Millionen von Abonnenten haben. Und das war dann eben auch die Überlegung, wo ich gesagt habe, ja, was kann ich langfristig machen, um irgendwie trotzdem mit dir in Kontakt zu bleiben. Und deswegen habe ich nicht nur diese Webseite gemacht, sondern ich habe dort auch einen Newsletter eingerichtet, weil die E-Mail ist zwar irgendwie, ja, es ist eigentlich total old school, sich irgendwie eine E-Mail zu schreiben, aber wenn man mal so zurückguckt, ich habe meine E-Mail-Adresse, die heißt michaelmei2003.gmx.de und wie du dir denken kannst, ich habe die im Jahr 2003 eingerichtet und das sind jetzt schon über 15 Jahre und ich benutze aber immer noch diese eine E-Mail-Adresse. Und von daher, ja, es hat sich einfach extrem bewährt und deswegen habe ich diesen Newsletter eingerichtet und das wäre halt auch mein Tipp, wenn du auf meiner Webseite bist und ihn mal besuchst, dass du dir diesen Newsletter anschaust und dich dort auch einträgst und das ist jetzt das Special und das ist auch das, weswegen ich habe beim letzten Mal ja nur Danke gesagt am Ende des Videos, aber heute will ich das noch mal ein bisschen auf ein höheres Level einfach heben und ich verlose tatsächlich unter allen Leuten, die sich in den Newsletter eintragen und zwar eintragen, bis ich ins Tiny House Village gezogen bin, also so ungefähr in sechs Wochen würde ich mal so tippen, so Mitte Mai, dass ich da hinziehe, also die sich bis zu meinem Einzug in den Newsletter eingetragen haben. Unter all den Leuten verlose ich zwei Übernachtungen im Tiny House Village, in dem dortigen Hotel. Und ja, da könnten wir uns einfach treffen und uns einfach mal kennenlernen und das fände ich halt ziemlich cool und das möchte ich auch einfach wiedergeben und dir auch einen minimalen Anreiz bieten, dich vielleicht in den Newsletter einzutragen. Vielleicht machen es ja gar nicht so viele Leute und dann sind deine Gewinnchancen auch dementsprechend hoch. Ja, das war schon Punkt Nummer drei für heute von den vielen und ja, der letzte Punkt ist, ich werde jetzt, ja, bin schon so ein bisschen beachmäßig auch angezogen. Ich werde jetzt nämlich zwei Wochen Urlaub machen. Ich gehe nach Portugal zum Surfen, zum Wellenreiten und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es da schaffe, diese sonntäglichen Updates zu machen. Vielleicht fällt mir ja da noch was Interessantes ein. So, bei einem Strandspaziergang, worüber ich mit dir sprechen kann oder was ich dir mitteilen will. Obwohl, nee, 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 nee. Na klar mache ich da Videos, weil ich werde bis dahin, glaube ich, meinen finalen Grundriss haben von meinem Tiny House und das sage ich dir auf jeden Fall. Ja, also, dann würde ich sagen, guck mal unten in der Videobeschreibung nach dem Link zu meiner Webseite. Trag dich da in den Newsletter ein und ja, wir sehen uns dann nächsten Sonntag, würde ich sagen. Und da habe ich vielleicht schon, ja, oder bestimmt schon meinen Grundriss, meinen finalen von meinem Tiny House, den ich dir da zeige. Und ja, wenn du gerade schon hier bist, ne, Daumen nach oben und Glocke drücken, dann klingelt es auch immer, wenn ein Video kommt. Bis dahin, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntagabend und eine tolle Woche. Bis dann, ciao!